Ein Gruß nach Rüsselsheim, an den Computerclub, der heute in den neuen Räumlichkeiten seine Premiere feiert. Ich bin leider nicht da, oder bin in Berlin, bei einem Digitalkongress der CDU. Die Kanzlerin hat schon gesprochen und die hat mit Sicherheit auch gesagt, dass wir ganz wichtige Arbeit machen. Denn auf die Digitalisierung kommt es an, da müssen Antworten gefunden werden, Lösungen, da müssen wir den Leuten zeigen, wie das geht. Also viel Erfolg an den Computerclub, das Kompetenzzentrum für Computerkommunikation in Rüsselsheim. Heute Grüße aus Berlin und am Montag geht es dann weiter mit einer Veranstaltung zum autonomen Fahren in den Räumen des Computerclubs mit Spezialisten von Opel und Politikern der CDU, die sich mal ein eigenes Bild machen wollen. Gruß und Tschüss!